Und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest VIII. Ja, die letzte Folge, die kam gestern nicht, weil ich keine mehr hatte. Das war das Problem. Ich hatte einfach keine mehr. Weil momentan ist auch bei mir manchmal die Flaute raus beim Let's Playen. Das ist aber auch, ich glaube auch für jeden Let's Player manchmal wirklich, dass es vorkommt. Um einfach mal auch dem Stress zu entgehen, den man eigentlich sonst auch hat. Oh ne, ich will nicht. Und darum kam auch unregelmäßig jetzt was bei mir. Aber ich will hoffen, das stört euch nicht so weit. Ich versuche immer noch halt durchgehend immer noch was hier hinzubekommen. Ne, ich will... Komm, wir nehmen den hier. Um dann halt wirklich doch noch was machen zu können. Anstatt hier nur sinnlos was hinzubasteln, sag ich mal, was ich wirklich nicht will. Äh, fangen wir mal mit der Sonne an. Aber im Endeffekt zu merken, dass es doch einfach eine blödsinnige Idee war, äh, hier was zu veranstalten. So, mal einen kleinen Fight noch. Dü-dü-dü-dü-dü, Mega-Steckung. Und dann die Stärkung, Mega-Steckung. Und altgewohnte Legs, da bleiben wir ja nicht aus hier. Das ist ja normal bei diesem Spiel gewesen. So, wir wollten jetzt gleich zum Schiff und dann dazwischen fahren, um auf die andere Seite zu kommen. Mit der Mietz-Getz. Aber die Mietz-Getz ist ja weg, da wir abgestiegen sind. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sie jetzt wiederbekommen oder so. Ob ich sie jetzt irgendwo wiederfinde, das weiß ich natürlich nicht. Ja, die haben beide der Tore verteidigen. Das hatte ich ja schön eingestellt. Äh, noch mal gleich hier den Hahn. Gar nicht so weit. Ich würde das gerne mit diesem... ...Nadelschuss mal hinbekommen. Dass der wirklich was schafft. Aber ich glaube, das wird nicht nach. Aber die Wicke beide zerklatschen. Geil. Noch kein Leveler steht. Und wenn euch dann immer wundert, warum kommt da nichts? Oder warum fehlt denn da wieder eine tägliche Folge? Sicherlich, ich habe eine kleine Community. Aber diese kleine Community, die ihr guckt, die ist auch vollkommen dabei. Und das ist auch immer das Schöne daran. An dieser Community. Würde ich immer noch Dankeschön sagen. So wie es läuft. Ich bin begeistert. So. Ich bin nicht begeistert, ob wir überhaupt hier hinkommen. Das scheint zu sein. Und er ist vorher in der Kiste dran. Eieieiei. Oh, drei und eins. Geil. Würde ich sagen. Mach mal mal so. Was muss... Die Muskelmonster. Jawohl. Weil die stecken ein bisschen mehr in Häuser für Monster. Und es ist, glaube ich, gelegen, dass die ihm einfach zu holen. Weil die haben eindeutig mehr Leben und etc. Zauberheilung, ja. Das hat sich dann auch erledigt mit dem Zauber und Heilung. Wo ich vielleicht auch noch wundert ist, dass Borderlands, wie eigentlich angekündigt, kommen sollte. Nicht da ist das Licht daran, da Borderlands in Deutschland für uns gesperrt worden ist. Viele YouTuber können es so planen. Nur so kleine YouTuber, denen wird einfach die Binnenwand davor geschoben. Und wir könnten nichts machen. Und ich versuche schon, unergieblich da was hinzubekommen. Aber bisher ist da auch so nichts geworden. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwas ergibt oder so darüber. Oder ob irgendwas noch von denen kommt. Ich weiß es nicht. Haben sie uns halt überraschen lassen. Hat er den jetzt auch nicht gepackt? Dass irgendwas mal passiert. Achso. Attribute. Wer braucht denn Ausdauer? Ausdauer. Für was ist Ausdauer hier gut? Gibt es irgendwie eine Hilfe? Steuerung. Ne, anscheinend nicht. Ähm, ne. Ah, doch. Beutel wir ihn nochmal rein? Oder bei WTM heißt die Ausdauer. Das würde mich in der Regel 36, 40, 24, 37. Ich glaube, die Ausdauer ist... Ich glaube, die ist da für gut. Bin ich mir aber nicht sicher. Wir probieren. Ha. Zu oft gedrückt. Ich stelle wieder raus. Ich schaue mal für Zeit. Fünf Minuten. Einsehen will ich die doch benutzen. Okay, jetzt sehe ich nur zwei. Hatte ich noch irgendwas? Ne, hatte ich nicht drinnen, weil ich kein Pulver hatte. Kein Lab-Pulver. Was wir jetzt suchen, ist der Mörder? Oder wir machen das mit dem Baum, damit wir die Katze bekommen. Da oben ist er aber... Jetzt kann ich leider nicht hochgucken. Da oben ist irgendwas. Wenn ihr es seht. So schämhaft, das sieht man auf jeden Fall. Da müssen wir hin. Oh, Monster. Jawohl. Alle fehlen gleichzeitig, jawohl. Das ist geil. Mal so. Fangen wir mal hier hinten an. Mal gehen. Und... E-Viewer vielleicht. Und dann kriegen wir jetzt die anderen beiden verwirrt. Verwirrt. Ah, geil, Jackpot. Okay, er ist der down. Er schläft in Ruhe. Das ist schön. Da würde ich sagen... Ah. Dass Cengiz nicht irgendwas Größeres hat. Vondern. Äh. Zauberwum. Und... Und so ist's. Ah, schade. Aber jetzt? Jawohl. Super gelaufen. 26. Nice. Äh. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Geil im Artikel. Ähm. Zwei. Nein. Wir machen alle fünf da drauf. Zwei mal durchgehen. Alles unterschiedlich machen. Da gucken, was noch nicht daraus gebildet. Die ganzen Fertigkeiten. Was auf 100 geschieht. Keine Ahnung. Was uns jetzt so unterwegs erwartet. Mit Teilreiter. Naja. Weil sie flink sind. Oh ja. Den muss ich retzen. Dass er. Nicht getötet wird. Hm. Ich würde. Sagen. Das hier. Hm. Pass. Und den Rest einfach angreifen. Jawohl. Nächste gleich bitte.